Oh, ne, dann ne. Guter Ball, jetzt geht's schon wieder los. Mit dem dummen Hackenman. Ich liebe diese Trinkmesse. Oben, oben, oben! Warte, warte doch! Wär ich ja angegriffen. Linie, Linie, Linie! Das war ein perfekter Ball, oder? Ja! Oh, oh! Du kamst letztes... Was machst du denn da? Ich weiß nicht, warum sich Monogram tut. Ich weiß es wirklich nicht. Monogram hat einfach Angst. Er hat Angst vor dem Ball. Er ist nicht gewohnt, dass er jetzt auf einmal zum... Ehrlich, er ist nicht gewohnt, dass er auf einmal zum Kopfball hingehen muss. Er hat gecheckt, dass er die Steroide genommen hat, ne? Gott. Wurden ihm über Nacht injiziert. Der kommt auch noch nicht mit der Große klar. Der ist noch schwindelig. Iniziert, Junge! Der Geile! Boah! Referee! Warte, ich nehm Rache. Nein! Nein! Allein, dass du es versucht hast. Voll Rache nun. Ne, mit kleinen Neger. Go, Tifi! Go, Tifi! Flacke, Flacke! Du dummer Hurensohn! Das hast du zu spät gesagt! Schau mal den block ich... Du dummer Fixer! Du dummer... Ey! Du Spastiker! Ich wollte den Gegner abblocken und ist er in seinen Schuss gelaufen. Geil! Freck Chineser, Alter! Ey! Fick das Schlitzaugengesicht! Boah! Ey! Boah! Boah! Jetzt geht's los! Ich hab' ich auch letzten Sonntag endlich unsere Gegner beleidigt. Na, schön! Guten Morgen, Vietnam! Die Union! Es waren halt... Alles Asiaten! Danke du Flügelflitzer Hexe, Junge! Was denn? Hör auf auf die Flügel zu laufen! Der hat Monogram anvisiert! Ich konnte nicht weglenken! Ich hab's versucht! Rückpause! Rückpause! Geh aus dem Spiel schnell raus! Du hast den Kampfschrein nicht rausgehauen! Ich hab keinen Kampfschrein gemacht! Ja! Idiot! Vergleich zum Denken! Warum ist der Große schon wieder auf außen? Weil der Kleine in der Mitte war! Und irgendwer muss außen sein! Dann ist lieber niemand außen als du! Was bringt es dir alleine außen zu sein? Soll ich mit meinen 1,60 da Kopfbälle mache? Nein! Hättest du direkt Hexe schicken können! Hättest du nicht diesen einen kleinen Lauf machen müssen! Wollte ich! Oh, da ist der kleine Nigger! Ja! Oh, wir haben hier einen verletzt! Aber schön auf die Frau! Jawoll! Schön auf die Frau! Jetzt hau rein da! Jawoll! Das ist so unnötig! Ja! Hör auf die Nigger anzugreifen! Das ging nicht an! Das ist tut mir leid! Ich wette, ich wette schon vorherzielen dafür! Ich möchte dazu sagen, der Kampf lässt mir greift keine Minderheiten an, aber sobald sie eine weiße privilegierte Frau sieht, tötet sie! Warum?! Weil er sonst der Ball ins Ausfliegt, das weißt du doch ganz genau! Wie sehr du Messerschmitt hast, dass du lieber einen nach innen läufst, anstatt ihm den Ball zu geben! Tja, schau an! Ich spiele wirklich lieber! Stark Dumbo! Nicht stark Dumbo! Ich gebe lieber dem Gegner den Ball als Messerschmitt, Dinger! Ich glaube, das Messerschmitt habe ich dir noch nicht geschickt für den Zögler im Kanal, die kommt nämlich noch! Erstmal mussten wir die Transfer-News machen, wir durften ja nicht den Schatten rücken lassen! Boah! Kopfballunggeheuer! Komm, setz dich gegen den Schwarzen durch! Jaaaa! Drück die Flanke, drück die Flanke nach ganz oben! Jaaaa! Ist unmöglich! Ich habe gute Einsatz bekommen! Schich! Es war schwieriger, den Ball nicht ins Tor zu schießen! Den letzten guten Einsatz hatte ich eigentlich nur im Casino gemacht! Jumbo, da ist eine Minderheit, greifst sie weg! Ich gebe diesen dezenten Rassismus! Ist doch hier verkommen, was auch der war denn? Jetzt steht der da! Ja, ich habe gemessen! Ich musste kurz essen! Ich habe kurz den Teller leer gefressen! Schade! Ich bin durchgelaufen! Ich habe mal versucht zu springen! Ich bin durchgelaufen! Ich bin durchgelaufen! Ich bin durchgelaufen! Ich bin durchgelaufen! Oh, je, eu, eu! Schön! Warum?! Warum?! Messerschmidt und ich fotze, Junge! Immer dasselbe! Was machst du denn da?! Was machst du denn da?! Warum springst du in den Ball rein?! Ich steine dich ins Tor! Alle ins Tor stellen! ja jetzt schieße ich mal ja so was passiert wenn ich noch nicht dagegen nach rechts jetzt ja so ist gesagt ich bin da rechts also ich hatte nicht so okay lang aber wieder dieses mal kriegt ihr natürlich ja es war meine schuld kampf ist so stark aber du zerstörst sie hat es mal dieser fuhr scheiße hau den weg jawohl ich finde es gut dass sie mit dem arm noch mal ins gesicht geschlagen ist zwar wichtig ich hatte nach links gelenkt er hatte mich analysiert da kann ich gar nichts ich bin ehrlich ich bin ehrlich ich glaube lukobakio wird trotzdem tor schieben ich bin ehrlich ich bin ehrlich ich glaube lukobakio wird trotzdem tor schieben ich glaube ich auch ja das ist so gut in form das wird es danke hab die situation beruhigt du fotze guck mal was du machst guck was du machst mein ganzes dribbling war besser als dein einer passt die nun der ganzen zweiten halte gemacht hast du dummer holen ja und hast du dieses tagging gerade gesehen wenn sich mit rein gut gemacht jetzt holt ihr so ein kack schuss eigentlich der geschehen ich hab die mitte aufgerissen ich hab jetzt krebs im nächsten spiel spiel unter glatze alter kurzes spiel beruhigt ja ich weiß nicht was du meinst juri jungs den pöller ich ja wohl spring ja komm bitte ja du mal idiot digga das hätte so das war so geil gewonnen dreck spaß dicker ich mach lesbein auf lesbe ja steigen wir einfach nach vorne messerschmitt du fotze guck mal platzköpfiger uhlensohn hab ich hab ich noch alles wegen der hexe die schuld gebe ich dir halt die schnauze es war schon fünf neue situationen das war messerschmitt schuld messerschmitt an den pass vergeheigt was machst du den ball geben starker pass schau mal warte jetzt überlaufe ich wow der war für kampflätsbeginter ja wo ist der hingegangen ich denke ich mein kampflätsbalzer monogramm oder messerschmitt rauf gehen warum läufst du mit latifi überhaupt so nach vorne jungen go tifi das ist go tifi latifi läuft sohn jetzt sind sie ja auch nativ was sind los mit ihm hab alzheimer nicola ja jawohl na endlich ich würde mal zeigen boah bist du hässlich scheiße den trinkst du das war doch der ball schammer des torbanker mit unabsichtig dem häuschen wieder nach hinten zu köpfen das wollte ich gar nicht der ist noch nicht mal gesprungen der hat einfach nur kurz die weide nach oben gezogen mehr war das nicht kurz für 6 gebrochen da mach ich meinen fehler gut da wär ich trotzdem geflamed ja so lecker bei uns du bist jetzt der biest warum du bist halt wirklich seit diesem fifa bist du halt nicht mehr so wie letztes fifa deswegen darfst du auch gehatet werden ich bin in diesem fifa 5 mal besser der bittchen gefühlt mehr tore schau mal wer auf der 6 verpflichtet unglaublich ich liebe es mit ihm zu spielen ich liebe dem gegner meinst du ich hab sogar auf messerschmitt die gemacht mach dazu mach dazu move doch den vorwärter du opfer ja wahrscheinlich hab ich daran gedacht egal es gewinnen wir noch es ist normal dass ein mädchen ein bild von einer banane gemacht hat und darunter geschrieben hat wenn bereit ja ja passiert mir jeden tag weißt du nicht was sie mir damit sagen komm der ist der hat mir mit dem arm ins gesicht geschlagen ja klar junge du hast den ball mit der nase geköpft i'm bleeding fick ihn jetzt warum läufst du jetzt doch mit dem puff nach unten anhex ja das haben wir doch gestern besprochen sein aber dies ist gleichgewicht einfach beim nein ist ein afro ist zu schwer das haben wir doch gestern schon behandelt verliebt aber das gleichgewicht warum will gotivien tor machen jeder verteidigt nach vorne nach vorne bei links nicht vorne links nicht vorne links doch 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 schau mal doch ein Stück sanfter den france gekommen es tut mir leid dass ich den voli leider nicht so sanft treffen konnte est du bist entschuldigt kennय Fleck ja es ist die halbe meine warum willst du den ball wären wir einfach bekommen und nein das gleiche mich hat mir noch ein snap geschickt vielleicht musst du kurz ich musste gleich noch mal raus gehen max und das mädchen besänftigen jetzt hat sie geschrieben ihr namen ihr alter und dass sie sich auf weihnachtsmann und koge gefreut was kann das rollenspiele werden oder auf was wird die gerade existiert diese frau überhaupt nicht oder ist es der schizophrenie nein die existiert aber das was man jetzt holen wir retten 14 14 jetzt nicht mehr was würde ich ohne alex tun ganz ehrlich momentan nicht viel guck mal von welchem typ den dreierpack bekommen haben von welcher gestalt so keine frau mehr junge dass irgend so ein schwarzer 14 jähriger pubertieren steckungen gebliebener wasser vertippen zuwachsert und jetzt weiß man nach vorne das spiel der schwarze jumbo für die aussage hast du gerade richtig eine kassiert deckball kommt ja auf einen großen nicht grätschen nicht grätschen du bist gelb ich habe gerade jemanden der mordet warum treffen die grätschen nicht der muss das ist nicht vorne links das ist mitte hinten sagen du hast dich so schicken lassen video einer vor der vor der vor der vor die stadt nicht scheiße wir müssen es probieren nicht hinter den mann und warum ich aber nicht zum gegner weil ich den nicht geköpft habe du schlauwerer warum verlierst du deine malle es ist noch trauriger ja was macht der nein das ist auch ich nicht aber er ist das spiel vorbei greifen warum das ist das spiel hast du verloren das weiß ich jetzt nicht das erste spiel wo ich dir einfach komplett mal die kritik geben für das ganze spiel nenne ja so ein wie es noch da ist akob ist doch wird ja ja jetzt hast du dich unnötig christensen geburt ja kann sich aber verkaufen jetzt oder behalten und stellen ins mittelfeld ja das klingt gut schade dass sowas nicht geht das und ich habe die spieler irgendwo hin aufstellen kann der kobe in zweiter jetzt zu verkaufen wieso zwei weil ich noch nie land habe jockey die da hast du nur genommen zum steigen so na ja aber ich habe aktuell habe ich drei kripper für den spielt einer exe ja ich dich ok wird es auch geklettern ja so herr bist du es mal bereit bisschen besser zu spielen in der verteidigung ja die paralympiakos tut schon weh oder das wird jetzt richtig schwer gegen schwerbehindert jetzt dürfen wir eigentlich keine mit zu erlauben kommt dann auch wirklich renner angekrochen ich hab letztens im gegenspieler einfach den rollschuh geklaut rat mal wer danach angekrochen kam oh nein komm jungs ist doch der denn pepe toni schwarze zu der fahrer an der bewegung zu berlin präne zu zählen es wird aber ich denke auf vor allem es exe bitte wenn du noch einmal nach links ist und dann das entscheidest auch doch ich muss nach rechts laufen Oh, der Schiri, der andere Maus. Mickey Maus. Oh, no. Wow. Wow. Oh, na. Wow. Ich will wieder sagen, dass einer von euch, der in der Mitte stehen sollte, Außenstand und der der Außen stehen sollte, in der Mitte war. Stark. Hey, Chicken. Warum hältst du hier den Arsch fest? Was ist geil? Was war das denn für ein Move? The Backwards Glitch. Junge, wie kann man sich Dudu in diesem Spiel nennen? Das möchte ich auch. Wohin, Jungs? Ich spiele auch. Ja, ich sehe das nicht mit der Kamera. Halt die Augen auf. Mein Gott, Alter. Früher das Spiel, alles wäre gut gewesen. Junge, du hast hier gerade den Ball einfach an deinem Rücken abgebraten lassen. Ja, ich sag mal. Der muss sitzen. Monogramm wurde geschobst. Gar gar nicht. Du hast so L2-Schuss gedrückt. Du bist so ausgerutscht. Der hat so L2-Schuss gedrückt. Habe ich überhaupt nicht. Ich habe kein L2 gedrückt. Achso. Ja, das war ein Panikpass. Das war ein Scheißpass einfach nur. Ja, der war aber aus Panik war ja scheiße. Oh, warum Ball mal zum Messerschmidt? Ah, spring rein, oh. Messerschmidt ist so scheiße. Nie wieder am Ball war auf den. Junge, der Ball war auch nicht sehr gut. Die Fresse Messerschmidt war so kacke. Kannst du dich nicht immer nicht schuld, weil lass das hier mit finden. Warum? Keine Ahnung, weil ich den Ball nach draußen spielen möchte. Ja, weil du ein Idiot bist, weil du Hektik reinbringst, wo keiner ist. Ja, klar. Das war ein Handspiel. Was war das? Besser, ich bin mir das. Echt ein kackfreiliger. Warte. Ich dachte, du läufst da außen. So. Warum? Hexe. Schiri, da war wieder die Hand im Spiel. Gutes Kommando. Spreng. Er hat zumindest halbwegs reingesprungen. Du bist so ein Idiot. Hält mal die Schnauze. Ich versuche gerade was. Was machst du? So ein Hektik-Fußballer, Alter. Das Maul, Junge. Stark, wirklich. Also wirklich, super. Der war auf der Linie. Der war so hinter der Linie. Natürlich nicht. Ey. Ey. Kriegst bald alle Verbot. Jetzt ich mal auch, Junge. Du hast Biest-Schimmer-Verbot ausgesprochen. Kriegst du bald alle Verbot. Warum? Boah. Boah. Warten konnte. Aber. Heute. Wo about that for degree of difficulty. Simply. Oh. Mach.